So, da ist ein Schlüssel. Hier ist... Oh mein Gott. Ich glaube, du musst hier bleiben. Dass man das nicht abkürzen kann, diese Sequenz. Hey, Moment. Ja, das war mir irgendwie klar, aber trotzdem frage ich mich gerade. Dann strach mal dahin. Also, Link, das ist... Du bist genial. Wow. Wow. Da kommen wir mit. Mal kurz... Okay, da war nichts mehr. Dann gehen wir erstmal weiter, um mal zu gucken. Da kommt sie wieder. Mal irgendwie klar. So, können eh nur bis 500 Rubinen, aber egal. Mal. Ja. Nein. Dieses automatische Springen. Nein. Äh, du kommst mal lieber mal kurz mit. Man weiß ja nie. Wie da zum Beispiel. Ah, nee. Okay, lass mich raten. Ich geh weg und das geht wieder zu. Ja. Nee, 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 nee. Du bleibst schön da. Okay. Jedes Mal dürfen wir das jetzt machen. Und dann nachher bei dem kleinen Typen wahrscheinlich auch noch. So, jetzt der Kompass. Das ging ein bisschen schnell dann. Hm, okay. Zumindest der kleinen Schlüssel schon mal. Äh. Kann ich auch mal sagen, komm mal lieber. Und bleib mal da. Ich komme gleich wieder, hoffe ich mal. Oder auch vielleicht nicht. Denke ich mal. Hm. Und weg ist sie. Also, das ist immer noch das Ding. Jetzt weiche ich aber trotzdem. Wie soll ich dann... Wie soll ich dann da rein... Ach, verdammt. Natürlich. Dumm. Ey. Nimm mir doch nicht hier meinen Vogel weg. Oh, Bombe. Und zwar... Ja, bleib mal da. So. Hoffentlich ist sie jetzt nicht zu weit weg. Passt. Nee, jetzt... Echt? Was soll das denn? Dann... Wie soll ich... Okay, dann kriegen wir anscheinend... Was anderes hier. Ach, okay. So hat es auch die ganze Zeit funktioniert. So, da sehe ich schon... Was es ist. Warum kommt hier so immer so viele? So. Ja, dich versuche ich jetzt gleich zu kriegen. Okay. Ich meine, mit einem Bomberang hätte ich das auch wegwägen können, aber das wäre zu... Viel zu Mainstream. Dann komm mal her. Okay. Dann komm mal mit. Nein, 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 nein. Oh, springen daneben. Oh, doch nicht? Nein, komm mal her. Okay. Hm, ich hätte am besten, glaube ich, gewartet. Ja, hätte ich doch mal gemacht. Jetzt lasst mich raten, ich hätte einen von denen gebraucht, der hier drauf geht. Ja. Hätte ich gebraucht. Okidoki. Ich kann ja mal testen, weil es trotzdem mal hier alles abfackelt. Äh, nein, das wollte ich gar nicht. Joa, oder ich tue es doch. Nein. Ja, komm schon. Kommen die sonst nochmal Viecher? Kann ich dich hochschmeißen? Ja, oder du fliegst dagegen. Oder ich mach... Das hier. Das wird natürlich wahrscheinlich auch gehen. So, jetzt sag mir bitte, du kannst... Das gibt's doch nicht! Was kann die eigentlich? Okay, dann nicht. Ja, aber wohin? Deswegen, das wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Ah, verdammt. Ich lasse dich mal kurz hier drin. Geh mal raus und wieder rein. Genau. Mit. Genau das nämlich. Na komm. Hm. Äh, du hüpfst jetzt nicht wirklich jede Stufe hoch, oder? Das kann ich natürlich auch. Genau, komm mal wieder mit. Und weiter geht's. Äh... Okay, ich glaube, ich locke dich. Hier, komm. Du mal. Grat. Oder so. So, jetzt haben wir schon mal Licht. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was uns das bringen soll. Äh, Moment. Okay. Ach so, ja. Okay, ich seh's. Du. Vor allem, wir kontrollieren die voll. Was? Nein. Nein, nein. Du sollst da hin. Ich weiß ja nicht, was wir mit dem machen sollen. Aber egal. Oder, Moment. Das machen wir gerade auch noch schon. Nein. Äh. Bestimmt nur eine Truhe. Ach, nee. Teleporter. Hat das hier sonst noch was? Nein. Hui. Hui. Na komm schon. Das mach ich noch kaputt. Ja. Ich hab. Ich hab nur ein Glas. Was mich irgendwie wundert, wo die anderen sind. Hm. Hm. Ich hab mir aber auch das gemacht. Ja. Ich hab nicht mehr so was. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. umgekehrte steuerung oh mein gott und keine umgekehrte steuerung ok das bringt gar nichts so ums licht mach du das mal ich bleib mal hier in sicherheit so umgekehrte steuerung da muss ich jetzt gleich nochmal in den raum davor definitiv in den raum davor so umgekehrte steuerung